Was geht ab und was geht da um meine Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Fortbyte. Und heute zeige ich euch, wo ihr den Fortbyte 33 findet, wohin findet und was ihr dafür tun müsst. Wie immer auf meinem Kanal. Peace out, MoFogus. So meine Friends, da sind wir auch schon in der Runde. Und wo ihr den Fortbyte 33 findet, zeige ich euch natürlich immer, ja, wie immer auf meinem Kanal. Ich liefe euch jetzt noch ein paar Fortbytes hinterher, die ich noch nicht hochgeladen habe. Damit ihr auch im Prinzip alle abschließen könnt, die einigermaßen schwer zu finden waren. Die lade ich euch alle hoch, die findet ihr wie immer bei mir. Deswegen wäre ein Like auf jeden Fall köstlich-möchtlich, meine Friends. Und natürlich könnt ihr auch kostenlos den Kanal abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und zwar müsst ihr hier nach Lonely Lodge, meine Freunde. Und dann geht ihr hier hinten einmal an die kleine Hütte, die hier so einsam rumsteht. Hackt hinten die Wand weg und dann findet ihr auch den Fortbyte 33, meine Freunde. Und jetzt seid ihr eurem, ja, Ziel etwas näher. Und vielleicht habt ihr jetzt dann endlich auch den Utopia-Skin. Lass auf jeden Fall einmal ein Like am Schlüssel. Bis zum nächsten Video. Peace out. More followers.